Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Und er schießt. So, geht er gleich gut los hier. Früheres Tor, das wird interessant hier. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Das macht es genau so, wie man es von ihm erwartet.